Sniper hinter Bravo. Ich komme rein. Hinter Bravo, vier Leute. Ab einen. Einen habe ich. Unter mir. Wir müssen die mehr spotten. Elikopper hinter uns. Ja, ich schieße drauf. Stand down heißt klar. Ich bin hier. Ich sehe dich. Das ist schön. Schrauber down. Den hat zwar schön. Wir müssen mehr spotten. Wir müssen eindeutig mehr spotten. Ja. Press Q, Leute. Komm, besser. Mr. Caputo. Mr. Caputo ist Caputo. Ich mache auf. Nö, der läuft noch. Lost. Junge, nimm doch mal an. Du stehst da rum. Vielleicht heißt doch nicht Junge. Nicht du. Vielleicht heißt er nicht Junge. Zwei Stück mindestens laufen da jetzt weg. Von C. Das ist eine Papaya. Die sind unten zum Boot. Ja, ich sehe sie. Da ist ein Tank im Wasser. Da ist ein Tank im Wasser. Ich sehe den leider nicht. Ah, okay, jetzt. Spot it. Danke. Abhit, ist down. Sehr schön. Der Börser ist von mir. Ja, ich merke es. Oh, was war das denn? Das ist nicht mein Börser. TNT. Mir hat jemand TNT dran gepackt. Eine Kugel aus dem M40 und der Hubschrauber ist hier platzt. Bravo wird eingenommen. Ja, natürlich war der schon kaputze, aber gut. Der kam direkt auf mich zu. Ich gucke schlecht. Der Hubschrauber explodiert. Bei Bravo sind mehrere Infanteristen. Ja, dann müssen wir da mal hin, würde ich sagen. Wow, Scharfschütze. Oben bei C. Peter Helft. Templarius ist wieder da. Jetzt ist er auf dem Wall bei C. Okay. Ob 8. Na, wir sind bei Bravo. Macht aber viel Spaß. Dankeschön. Oh, da oben gibt es erste Hilfe. Cool. Fack, Mann. Wo ist denn er? Wo ist er denn? Ach, Alter, ich krieg's. Fuck, ihr Lassen. Ah, der Tod. Loll. Keine Ahnung. Oh, das sei nie verrenkt grad. Vor allem, ich schieße den Typen in die Fresse, der fällt um. Uwe schießt in den Rücken und ich sterbe uns nicht. Hubschrauber. Aufschießen, los. Tschüss. Da ist jemand, der hat einen Sprung direkt am Helikopter platzt. Achtung. T-Back. Nee, doch nicht. Panzer vor uns. Oh, nein. Oh, scheiße. Inzellent. T-Back. Nee, doch nicht. Panzer vor uns. Oh, nein. Oh, scheiße. Einer ist down auf der Brücke. Nein, da ist noch einer. Stars. Ach, scheiße. Sieben Prozent hat er noch. Lass mal in Tempel reingehen. Der Tank ist nicht unser, oder? Da sind grad zwei Tanks. Ach ne, okay. Das ist unserer. Oh, shit. Der ist denn eigentlich Team, Team, äh, Squad Leader? Alle. Das wüsste man. Du bist ein Sniper. Ja. Ich krieg der Sniper. Auf dem Hügel hinter dem, hinter dem Dings ist noch jemand. Ab. Achtung. Da kommt ein Tank und ein Hubschrauber in der Luft. Verser Einschlag kommt. Hubschrauber in der Luft und ein Tank fährt da. Räuft. Hubschrauber beschießen. Achtung. Ich drück ihm alles, was ich hab. Alphabies. Oh, ja. Sauber. Hubschrauber, juckt Platz. Junge, lass mir doch mal Ammo da. Verdammt. Hubschrauber. Dann löst einer Mörser aus. Kaputte Scharfschützen vor der Welt ist down. Und der Panzer ist auch ziemlich tot. Zumindest ist es angefickt. Shit. Danke, John. Das war sehr nützlich, die Information. Könnte ich den Panzer nämlich einen Meter zurückziehen. Keine Chance, Alter. Kriegst du den nicht, Carsten? Ich mein, der schwebt doch hier direkt über dir. Ja. Danke bei Bravo, du kriegst dich nicht. Abspringer, Hubschrauber. Alter Carsten. Das glaub ich jetzt nicht. Alter Carsten. Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Ja. Er schießt auf Infanterie, die hier mit Pflammenwerfern rumläuft. Und trifft nicht. Sag mal, willst du mich jetzt rollen oder was? Naja. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab's ja auf Video. Du kannst dir das ja dann später nochmal angucken. Ich hab's ja auf. Oh, mir ist er auf. Bravo. Bravo. Ich hab's ja auf. Ich hab's ja auf.